Ein herzliches Hallo aus dem Hafen von Osnabrück. Mein Name ist Christian Gebel von PCO. In unserem YouTube-Channel zeigen wir Ihnen, wie Sie Step-by-Step zum sicheren Unternehmen werden. Es ist höchste Zeit, sich umfangreich zu schützen und Versäumnisse nachzuholen, um die voranschreitende Digitalisierung von Prozessen in der Verwaltung, Produktion und Logistik sicher zu gestalten. Durch die Vernetzung von Maschinen und Dingen, etwa in der Fertigung oder auch im Krankenhaus, können zahlreiche Prozesse vereinfacht und effizienter gestaltet werden. Kosteneinsparungen bei Prozessabläufen, digitale Datenverwendung und Qualitätsverbesserung stehen hierbei im Vordergrund. Leider wird häufig missachtet, dass Prozesse, die nicht sicher gestaltet werden, zum offenen Scheunentor des Unternehmens werden können. Die Unternehmer müssen endlich bereit sein, eine Strategie für Informationssicherheit aufzubauen. Mittelständische Unternehmen stehen vor sehr großen Herausforderungen im Bereich der Informationssicherheit. Die gesetzlichen Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung und dem IT-Sicherheitsgesetz werden nicht nur große Konzerne, sondern auch Mittelstandsunternehmen auffordern, ihre Hausaufgaben zum Thema Informationssicherheit zu machen. Denn Mittelstandsunternehmen sind Bestandteil der Lieferkette von Konzernen. Technische Angriffe werden gezielt durch Angreifer von außen auf Schwachstellen im Unternehmen durchgeführt. Wenn mobile Systeme, Web-Anwendungen, Cloud-Ressourcen, IoT-Geräte und Internet-Gateways nicht abgesichert sind, haben Angreifer ein leichtes Spiel, an das digitale Gold der Unternehmen zu gelangen. Die Unternehmen müssen wachsamer denn je sein und ihre bestehenden IT-Security-Ressourcen entsprechend aufrüsten, um Angriffe abzuwehren. Kann der Mitarbeiter im Unternehmen wichtiger sein als der Einsatz von technischen Lösungen? Allein auf technische Lösungen zu setzen, ist heute nicht mehr ausreichend genug. In 75 Prozent aller Fälle ist der Mensch die Schwachstelle. Ein Awareness-Programm für Informationssicherheit muss zwingend im Unternehmen etabliert werden. Das Management und die Fachbereichsleiter müssen als Vorbild im Bereich Informationssicherheit das Thema transportieren. Sonst wird es schwer, eine Sicherheitskultur zu etablieren. Nur wenn alle mitmachen, werden die Mitarbeiter zur effektivsten Firewall, die ein Unternehmen hat. Heute ist Informationssicherheit nicht mehr alleine eine Disziplin der IT-Abteilung. Alle Fachbereiche müssen bei der organisatorischen und prozessualen Sicherheit mit anpacken. Das Ziel muss sein, eine Informationssicherheitskultur zu entwickeln, bei der jeder unterstützt. Dies kann nur entstehen, wenn jeder weiß, worum es geht. Deshalb ist es wichtig, ich sage es noch mal Menschen, Menschen, Menschen. Mit dem Information Security Assessment, dem ISA-Check, sind wir in der Lage, ein strukturiertes Interview mit dem Management, der IT und den Fachbereichsleitern des Unternehmens zu führen. Dabei sind wir in der Lage, auf Basis unserer Hubschrauber-Methodik die organisatorische, prozessuale und technische Sicherheit in kürzester Zeit aufzunehmen. Mit dem ISA-Check erkennen wir die Lücken des Kunden und ermitteln dabei den Reifegrad der Informationssicherheit im Unternehmen und welche Maßnahmen zur Verbesserung ergriffen werden müssen. Anschließend entwickeln wir den praktischen Weg und optimieren die Informationssicherheit des Kunden Step-by-Step. Der Kunde erhält einen definierten Maßnahmenplan, wie er seine Lücken schließen kann. Die Aufgaben sind vielfältig und liegen nicht alleine bei der IT-Abteilung. Alle Handlungsempfehlungen müssen mit einem Team für Informationssicherheit umgesetzt werden. Die Unternehmensleitung muss bereit sein, den Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems, also einer ISMS, voll zu unterstützen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das Team für Informationssicherheit besteht in der Regel aus entsandten Personen der Fachbereiche, wie zum Beispiel Personal, Marketing, Logistik, Produktion und je nach Branche werden weitere Fachbereiche eingebunden, sowie dem Datenschutz- und Informationssicherheitsverantwortlichen. Dieses Team treibt das Thema Informationssicherheit im Unternehmen und führt es zu einem laufenden Prozess. Bei dem ISA-Check arbeiten wir nach dem Pareto-Prinzip. Die 80 zu 20 Regel besagt, dass 80 Prozent der Ergebnisse mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden kann. Bei den verbleibenden 20 Prozent der Ergebnisse benötigen wir mit 80 Prozent die meiste Arbeit. Mit dem ISA-Check erhält der Kunde zunächst einen groben Überblick seiner Informationssicherheitslage, also das heißt organisatorische, prozessuale, technische und Awareness-Grundlagen werden entsprechend dort in einen Überblick zusammengeführt. Wenn der Kunde tiefere Einblicke wünscht, können wir mit einzelnen tieferen Security-Checks in Prozesse und Technologien blicken. Diese Checks bedeuten dann zusätzlichen Aufwand. Nach der Vorstellung des ISA-Checks wird anschließend eine Geschäftsprozessanalyse durchgeführt, um die Maßnahmen des Checks mit den Risiken zu verheiraten. Dadurch wird es für das Management viel verständlicher, warum in eine Sicherheitsmaßnahme investiert werden soll. Nehmen wir mal ein Beispiel. Stillstand der IT-Systeme durch einen Stromausfall und damit Ausfall vieler wesentlicher Geschäftsprozesse im Unternehmen. Bei der Investition in eine Stromversorgung, wie zum Beispiel einem USV-System, einem Notstrom-Diesel, gepaart mit einer Notfallplanung, ist ein Wiederanlauf der IT-Systeme und deren Applikationen für die Geschäftsprozesse schneller gewährleistet oder frühzeitig abgewendet. In den weiteren Stufen beim Aufbau einer ISMS müssen Richtlinien, Verfahrensanweisungen und Prozessbeschreibungen erstellt und in Betrieb genommen werden. Und dies gilt für Mitarbeiter, Partner und Lieferanten. Sie müssen alle ins Boot geholt werden. Anschließend muss das ISMS vom IT-Sicherheitsbeauftragten überwacht, verbessert und erneuert werden. Dabei müssen die Mitarbeiter regelmäßig über Maßnahmen im Zuge der Schulung informiert werden. Somit wird die Sicherheitskultur im Unternehmen aufrechterhalten. Im Fazit unserer Videoreihe möchte ich Ihnen zu unserem fünfdimensionalen Informationssicherheitsmodell etwas erzählen. Erstens Strategie. Die Unternehmer müssen eine Strategie für Informationssicherheit aufbauen und ein lebendes Objekt daraus werden lassen. Zweitens die Organisation. Alle Fachbereiche und nicht nur die IT muss mithelfen, die organisatorischen Grundlagen im Unternehmen mitzuentwickeln und aufzubauen. Drittens die Prozesse im Unternehmen müssen sicher gestaltet werden und auf alle Fachbereiche und Mitarbeiter transportiert werden. Viertens Technologien. Diese müssen effektiv aufgebaut sein und den Mitarbeiter bei seinem Arbeitsalltag unterstützen. Und fünftens, wie ich schon einmal in einem meiner Videos gesagt habe, Menschen, Menschen, Menschen müssen in Form von Informationssicherheitsschulungen in einem Awareness-Programm entsprechend geschult werden und das auch wirklich regelmäßig umgesetzt werden. Ich hoffe, ich konnte Sie neugierig machen. Viele unserer Kunden haben den ISA-Check bereits durchgeführt mit uns und sind auf dem Weg des fünfdimensionalen Informationssicherheitsmodells. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich anrufen. Sie finden meine Informationen, meine Kontaktdaten auf der PCO-Webseite. Ich freue mich auf Sie! Ich freue mich auf Sie! Ich freue mich auf Sie! Ich freue mich auf Sie!